Servus miteinander. Ich war vor ein paar Tagen in Italien und zwar mit meiner Frau, der Doris, meinem Sohn Martin und die Verena war dabei. Das ist eine gute Freundin von uns. Wir waren da in Julisch-Venetien und sind wir da hauptsächlich in die Berg gefahren. Ich muss sagen, das Julisch-Venetien ist ein totaler Geheimtipp, vor allem für Motorradfahrer und Offroadfahrer. Es gibt noch ganz viel Kies- und Salzstraßen, vor allem in die Berg und die, was egal, gefahrt werden werden. Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal den Film an. Es sind vier Teile geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Film dann. Tschau und Servus. Servus miteinander. Heute ist Montag, der 4. September 2023. Wir fahren heute wieder eine Tour auf Italien. Wir fahren jetzt vom Chiemsee weg über Kölzen vorbei am Großstlockner-Massiv, dann nach Julisch-Venetien. Ja, wir werden ja jetzt losfahren. Wir sehen uns dann später in Südwestern wieder. Bis dahin, Tschau und Servus. Das ist jetzt meine Frau, die da ist. Da muss ich rein. Servus, grüß euch, ich bin auch dabei, ausnahmsweise dieses Mal. Und ich freu mich schon total. Aber das war nur noch nie, du bist das eine dort erst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020